Jetzt sehe ich es gell Warte auf Luis Junge bei mir geht das nicht Junge Ja jetzt habe ich es gleich wie bei Julien Junge Wahrheit Ghosted habe ich ja Ich bin drauf alter Jetzt kommt mit wir gehen nach oben Wo schon was essen Hier ist so krass dunkel Ja weil Padda die Fackeln Padda hat die Fackeln abgeschlagen Nice Padda gut gemacht Also los Leute gooo Was wartet auf mich Wo sind die Monster Achso das ist Wave Ja mach mal den Start Level 20 Ich kann in den Shop gehen Was geht mit dir ab alter Was geht mit dir ab alter Alter Ich möchte in den Shop Alter im Shop Hä Ich habe 26 Levels Hä Wie viel kosten hier so alles wie Ja 36 Levels Aber ich bin safety first kauf uns 2 Regen Potion kauf sich alter die Regen Potion Alter Die Regen Potion Ja die Regen Potion Wie wärs mit nem Regen Tanz? Boah, die würd ich mir gönnen. Okay. Achso, sorry. Danke. Eine Frage, was ist besser? Armor 8 oder Protection? Damage. Armor 90. Oh, jetzt hast du Luys Sachen aufgesammelt. Was gibt's denn nicht mir? Hey, gib mir mein Steak, Junge. Ich hab kein Steak. Ich hab dir kein Steak weggemacht. Ich hab nur meine eigenen Steak. Wer hat denn mein Steak, Junge? Die Fackeln sind wir dran. Padda hat das Steak. Padda, gib mir dein Steak. Boah. Warum willst du mein Steak? Jawaja! Hey, weiter geht's. Attacke! Die Execution hast du, die Executioner, Junge. Ja, Execution, Alter. Doi, soll ich zu sagen, wir müssen das Deutsch checken. Ich komm in fronten. Pass auf. Yo, next, next, next Floor. Wo ist die Tür aufgegangen? Ah, da. Go, 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 go! Ich würd jetzt nicht rennen. Da verlierst du nur Food. Alle da? Okay. Nein, warte, 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 warte. Ey. Die Tür ist jetzt, Doi, voll Idioten! Alter, ihr seid echt behindert. Wir müssen fahren, bis die Wave vorbei ist. Oh no! Alter, voll funny. Padda! Kommt ihr nie wieder rein? Ne, okay. Okay. Padda, padda. Oh, scheiße. Leute, ich brauch 55 Level für das Schäfer-8-Schwert. Es soll gehen. Das ist da oben, ich will da hoch, Leute. Wie bist du da hochgekommen, Digga? Digga, run. Digga, wie bist du da hochgekommen? Silvi am Digga, Alter. Jetzt komm wieder die Faser auf, Marc. Du kommst schlafen. Ja, das geht. Digga, er geht gar nicht. Marc. Weißt? Die Welt ist viel zu easy, weil sie einfach für nur drei, bis zu drei Spielern einge... Eingeölt. 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 Juli mag es eingeölt zu werden. Oh ja. Ey, sterb gleich hier. Ey, Disney, frotzen. Disney frotzen. Ey, bei mir ist gerade... Rathaline Überschub. Rathaline. Rathaline. Wow, wow, wow. Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, schon. Du Spasti. Hä? Ich hab ein Level zu wenig für das Kackschwert. Du Spasti. Mir fehlen noch sechs Level. Hupsala. Okay, wir gehen wieder zurück. Boah, du bist ein Idiot. Alter. Wieso? Ihr seid so dumm, Mann. Ich wollte dir noch was kaufen. Ja, Juli ist halt echt richtig behindert, Alter. Was ist mit dir, Juli? Wer klappt mir meine XP? Kann bloß Juli gewesen sein. Ich hab noch immer nicht genug, Mann. Welcher Idiot war das jetzt? Nächste Welle, sag ich dir. Nächste Welle. Das ist die nächste Welle. Das ist die perfekte Welle. Welcher Bastard? Ich drück nirgends wo drauf, Mann. Ja, Silvia, Marc, ist grad echt lustig. Junge, ich will mir was kaufen. Ah, proceed. Ja, halt's Maul, lieber. Alter, wir haben noch nicht genug. Geht's ja auf, Marc. Das riecht doch nicht. Jetzt hör doch jetzt auf, wir wollen doch nicht. Ich war so slow, Mann. Jetzt warte doch mal, ich will jetzt... Jetzt... Ich will doch nicht. Jetzt lass doch noch nichts. Wir wollen morgen bis alle was haben. Pass mal. Junge! Jetzt hör auf! Gut, Marc, dann kauf's jetzt. Ihr seid so dumm! Oh, Mann! Welcher von Idioten hat resettet? Oh, Mann! 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 Ihr seid... Ihr seid so behindert! Juge, was ist los? Juge, was ist los? Juge, hey! Welcher Idioten hat resettet? Nein! Ich war's nicht! Ich war das nicht! Ich war's auch nicht! 10-1-Mark war's! Nein, ich war's wirklich nicht! Sebi war's wahrscheinlich! Ich hab keine Ahnung, ich hab tausend so gedrückt! Ja, ich hab gar nichts gemacht, weißt? Ich hab auch nichts gemacht! Du schu... Nein! Heißt der im In-Game, äh... Heißt nicht irgendwie was... Hey, wie heißt denn du In-Game? Player! Achso, Player! Player! Oh, ich hab keine Permission! Du bist so blöd! Blöd! Ich bin sogar ohne Mark! Hey, ich bin draußen! Du bist so blöd, Alter! Du bist so blöd! Alter, im Paracom hast du die Wave gest... Wie sagst du die Wave gestartet? Ey, Paracom! Du, du Idiot! Wie sagst du die Wave gestartet? Ich muss mal kurz mein In-Ventory sortieren. Ich bin nicht mehr! Alter, wie viel XP ich hab! Mehr als, äh... Auf die Schwarzen! Ja, auf die Schwarzen, Leute! Executioner, Alter! Schwarz Executioner! Heißen die Wither Skelette Executioner, oder was? Ja, that's Wazis! That's Wazis! Lechte Waffe! Ah, also Leute, hört mal bitte ganz kurz an! Hey, wir sind gerade eskaliert! 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 Ich hab... ...es Fortune im Rank gespielt! Nein! 31,7,9! Nein! Nein! 2 Drittel der Kills von meinem Team! Bam! Alter, die sind aus nem Disney-Film, alle! Frozen heißen die! Frozen Defender, der... Ich denk ja die ganze Zeit, das sind die White Walkers, ja! Versteh ich nicht! Die Frozen Dead! Hä? Hä? Bei den Larges-Killing-Stremen waren 19 Leute hintereinander! Okay, aha! Okay, und jetzt? Also... Oh! Easy! Wollen wir dann gleich shoppen gehen? Ich will mir das Rasiererschwert... Ja, jetzt auch einmal, oder? Ja, jetzt auch einmal, oder? Ich auch! Ja, ich hab 49! Ich hab 49! Ja, okay, jetzt lass mal rasieren gehen! Nee! Alter! Alter! Nein, das... Oh, schade! Hört! Ey! Ich hab 47! Loki! Ah! Alter, ihr von überall! Ich hasse Skelette, ich hasse die! Die sind nur auf Krawall gebürstet! Was anderes machen die nicht! Ich geschrubbt! Können wir jetzt an shoppen gehen, bitte? Sieserschwert, hier! Hier, da! Boots, Alter! Du hast es bekommen, du musst mir eins kaufen, jetzt hast du zwei! Ey, ich hab nur eins! Ey, Julian! Wer hat sich an Rüstung gekauft? Ich nicht! Ich hab mich rüst... Ich hab mir! Hä? Danke! Wer hat meinen Track geklaut? Hä? Wer hat meinen Track geklaut? Ich hab's nicht! Ich hab wahrscheinlich Padda! Ah, doch, ich hab's! Ich hab nur eins! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ja! Will jemand ein Schwert mit Scharpen 2 hat? Ja! Wir haben jetzt gern ein Scharpen 2! Ja, komm her, Mark! Hier! Hier! Ouh! Hä? Ich krieg das einfach umsonst! Wer hat meinen Schwert? Siewiai! Siewiaiie! Ne, hä? Ja, ich hab sein Schwert... Ja, aber wieso krieg ich ein Scharpen 2 mit so? Ja, weil ich das einfach so gegeben hab, weil ich nicht brauche! Ja, nice! Danke! Ja, geil! Also kannst du dich schon mal bedanken, ne? 3,6 Wow, ernsthaft. Ich hab mir gerade was gekauft. Wow. Hey, hey, dann bist du zusammen. Alter, ihr seid zu behindert, ne? Das ist meins. Hol dich die Regen-Potion, die Regen. Was macht die Regen-Potion? Sie lässt es regnen. Junge, hier geht es gar nicht um die EP, die man schon macht. Wo? Mark. Unge. Ja. Jetzt sah man echt aus wie Unge. Überhaupt nicht, Alter. Der sah überhaupt nicht, Alter. Der erste ist schwarze Dreadlocks. Ja, ich weiß. Und zwar kurze. Ich war halt ein bisschen angetrunken. When you go down, down. Angetrunken. USB-Mai, run, 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 when you go up, when you go up, up. Wow, hau much longer. Ah, das ist ein paar. Der hat gerade vorbeigelaufen. Start next wave here, return to shop. Nein, nein. Oh, ja, shoppen gehen. Oh, ja. Kann man hier in der Lärmung sterben? Ah, welcher Idiot! Weiß nicht. Wer, wer ist das? Ich weiß es auch nicht. Junge, Junge, dadurch, dass das Server lag, ist es noch viel besser. Alter, next wave, Junge. Ja, lass mich ruhig alleine im Gefig hier hängen. Im Gefig? Ja. 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 Wir sind alle ready good Good Spidereye Wir sind im Shop Jetzt können wir zurück Wir haben uns gerade einen Raketenwerfer gekauft als du nicht da warst Geil Shopperend Ich hab 21 Level Ich will die auch einsetzen Wir sind nicht hier Bastarde ganz ehrlich Sind alle da Lass mal alle in dein Eck stellen Ah hol Sebi schnell TP ihn TP Sebi Ich bin da Aber ich tue das zu Ja leid mich doch am zuckerli Ich bin doch nicht anders im Sturm Ja schön für dich Ja weil du kannst Wo sind wir denn? Hä wo sind wir? Hä wo sind wir? Wir sollten eigentlich einmal weiter Geht einer creative Marc geht mal creative Es geht weiter Leute es geht los Ja man muss sonst den Boden kaputt machen Marc ist der behindert alter Ja genau Marc Er macht eine Leiter chill Bullshit Hier kann irgendwer von euch aussehen Oh wow Ich sag dir wär ich davon gestorben Junge Ich hätte sie so rasiert Hätt sie mir Leben kaufen müssen Du Wegster Jetzt mach doch Leute Was habt ihr denn? Jetzt sind Leiter dahin Oder gib uns okay Wir machen's Game Mode Ja mach uns doch Game Mode Juli Jetzt geht doch hoch Oh nein weil die nehmen uns ab zu hoch gehen können Du bist so idiot Leute jetzt springt auf den Block hinter euch Hey wo bin ich? Hey Ich bin da Ich nicht mach mich Game Mode Die fallen alle runter Mach mich Game Mode Ich seid so dumm Alter pass auf das ist kein Letzter nachboost I'm back Du Bastard ganz einfach I'm black Ah so was ist hier los Guck mal Gott hat Gott hat mir zu gebildet Alle springen sie einfach runter wie die letzten Hobos Ich nicht Ich bin hochgeklettert beim ersten Versuch Ich hab keine Eichen gewartet Ihr habt ihr ins Gesicht gekackt Ups Ups Habt ihr mitbekommen dass das grad fucking stürmisch geworden ist? Ja Ja Ihr habt schon eine halbe Stunde Wir haben einen Sonnenschirm Jetzt rat mal Jetzt rat mal wo der stand Ähm Auf der Straße Aus dem Garten If you lose all your lives it's game over Der Wither steht hier Den hat erst mal fucking Der Hecke gehauen Der Wither Lasss Leben kaufen Lasss Leben kaufen Wir müssen Leben kaufen Leben kaufen Ich kann mir noch zwei kaufen Aber ich hab Hier Ja ACHT ALCHE Ihr habt alles aufgedrückt dass ich zu nah dran war Was 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 Ich will mein Leben haben Ich will mein Leben haben Ich will zurück zu euch Sag mir wann du genügend hast Geht der weg Ja Junge Lass mal runter gehen Ich ban dich Ich ban dich Haha Elix Zwischen Zwischen Oh shit Leute! Ja cool, jetzt sind die mit dem Bogen natürlich unten Alter! Ja cool! Alter ist der laut! Alter mach das schon mal! Get a bow! Ja geil, Infinity wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich geht's drauf Ist der laut! Ich will doch nichts KOMER MURA! Prr! 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 Ja Jooh! Ich bin gar nicht gewesen Junge Junge einfach Junge Ich denke so Habt ihr Rag Potions? Ja, ich Zweite Phase mit dem Schwert Bogen macht keinen Schaden mehr Juuuge! Easy Easy Alter, warte mal das jetzt Das ist ja noch einfacher als Juli zu verarschen, Alter Der war echt super EASY Der war einfacher als alle Waves Hä, was ist das denn? Äh, warte mal das ist Drop the nether star in the hopper to end the fight I don't have him I don't have him I don't have him I don't have him Wait a minute We have completed the wizzers challenge Give me TNT here Yo, a hero, minecraftia Do the lobby to return to the lobby Yeah, that's when you play online It doesn't Hey, it doesn't I'm gonna play TNT run TNT run, yeah So, TNT, grab a block of TNT Yeah, I'm going to play Oh yeah, nice, nice Awesome Oh no, the redstone constructions Boah, man Hey, that's a tomb guard or something Hey, that's a tomb guard or something Hey, I can do it again I can do it again I'm gonna do it again I'm gonna do it again I can do it again I'm gonna do it again I'm gonna break it up Okay, I'm gonna break it up Okay Yeah, no sense, Mark It was fun You know who the map of the jumpers? Alter, dein Ernst, Mark! Ich hab nichts gemacht! Ich hab wirklich nichts gemacht! Ich sag, er crashed oder was? Ich hab nichts gemacht! Juli, äh, Lui... Ich kann einfach nur selber kontrollieren! Hast du Slash Stop gemacht oder was? Ja! Du bist selber! Du bist doch nur neidisch, Mark! Du bist doch nur neidisch! Du bist doch nur neidisch! Stimmt! Alter, ich hab grad angefangen, alles zu bauen! Ihr müsst wieder alles kaputt machen! Verpisst euch! Was baust du überhaupt? Warte mal! Wo ist das? Ja, jetzt warte doch mal! Ganz oben! Hat er verpisst dich! Oh, ich hab nichts gemacht! Entweder ich geh mit Pantheon oder mit Timo! Ja, an dem Pantheon! Ey, gut, da ist gar nichts! Glaubst du, man kann mit Malfi junglen? Ja! Ist der stark im Jungle? Ja, genau! Er hat ihn einfach gebannt, Alter! Du bitte, Andres! Alter, Mann! Okay, geh mir bitte in eine andere Stelle! Er hat alles kaputt gemacht, der Wichser! Könnt ihr mich auch hinwärmen, bitte? Ja, unsichtbar! Bist lustig! Wer auch immer unsichtbar ist! Malfi nicht. Wiß ich nicht! Bist nicht. Ok, das ist jetzt echt nicht mehr lustig, Marc. Ich hab nichts. Wer ist hier unsichtbar? Baby. Ich will nicht mehr drauf, du hast wieder mal der Watt gelassen. Ja, dann ist es entweder Luis oder Pader. Ich tipp ja eh auf Pader, weil genau als er wieder drauf kommt. Schau mal, wer neben dir steht. Pader ist es. Pader steht hier. Hab ich doch gesagt. Lass einfach, Pader. Und hier die... Lass das. Lass dem... Luis, du bist das, oder? Jetzt lass es einfach mal, okay? Es ist ein Pader, wenn ich hier... Was am I? You... I'm afraid of no ghost. I'm so little guy like that.